Das ist ja nicht zu viel. Ich meine, ich habe ja erwartet, den Deta zu sterben, aber nicht so. Jetzt ziehen wir den Rucksack wieder an. Das da rein. So, tschüss. So, tschüss. Ah, tschüss. So, 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 ich will schon jetzt den Gas geben, oder? So, ähm. Oh, das ist auch gut. So, ähm. Ich bin hier hochkonzentriert und höllisch angespannt. Ich möchte nur hier über den Abschnitt ein kleines, flaches, einfaches Dach drüber haben. Und du bleib bloß aus der... Oh. Ja, ja. Dome Knutschkugel. Also. Dome Knutschkugel. All right. Um. All right. So, ich würde mal sagen, für das Wesentlichste reicht das was dabei. Ich bin hier natürlich alles andere als safe. Vor allem, weil auch keine Türen da sind und nichts. Und man sowieso hier nie sicher sein kann. Und was da rein, was da rein, der Rucksack ist natürlich auch der sicherste Ort, um irgendwas aufzubewahren, was man retten möchte. Das Portal ist wenigstens schon eingezählt. Ist das schon mal gut? Ah. Ich komme mir immer noch nicht klar auf den Arschloch, Zolli. Es scheint es auch noch Ausläufer zu geben von der Festung. Ich lasse die Shader mal aus. Weil ohne Shader schaut es irgendwie schöner aus. Ähm, geht. Ah, du grünst du. Oh, du grünst du grünst. Oh, du grünst du grünst. Und wir haben die FreieIOIO zu verbr Lauter Schweinsköpfe Da geht es einfach wieder nur hoch Da drüben oben ist ein Spawner Da geht es einfach wieder hoch Da geht es einfach wieder hoch Ja, um... Ah! 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 Oh! Ah! Ah! Hm! Ah! 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 Das ist jetzt sehr uncool. Ich hätte mich zurückziehen sollen. Das wäre sinnvoller gewesen. Wir brauchen ein Schwert. Wir brauchen einen Bogen. Und wir brauchen... Pfeile. Schaut das hier komisch aus ohne Shader. Ja. So. Dann auch ein neues. Ja, du mich auch. Hm. Watch. ... ... ... Hm. So, seid lieb. Dann bin ich's vielleicht auch. Ah, ja, 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 ja. Rückzug. Fick dich. Hm. Aber ich hab schon zwei Lohnrouten. So, den auf die 2, das auf die 3 und den Bogen da hin. Ja, geh weg. Das war nicht geplant. Sorry Jungs, wollte ich nicht. Ach, und die sind jetzt immer noch alle stinkig auf mich. Ja. Äh. Das heißt, ich sollte jetzt hier mein Zeugs wiederholen und dann den geordneten Blut übertreten. Ich habe ja was ich wollte. Das sollte mir auf jeden Fall reichen. Nicht die Richtung. Das ist... Hm. Hm. Das... So hier ist der Treppe wo es runter geht So gut und dann ist mein Staff Tja, wie ich das dick hab hier Danke Ich möchte hier mit Anstand sterben Wenn es schon nicht vermeidbar ist Ich möchte hier mit Anstand sterben Ich möchte hier mit Anstand sterben Heart of Fire Heart of Fire ist nicht verkehrt So, wo gehts dann? Da lang Und dann da lang Da ist ja das große Steingebäude Das ist mein Gott So Man, anstrengend So Licht aus, Shader an Optionen, Shaders Danke So Puh Ähm Ah Was soll ich sagen Ich habe hier Niemals sinnweise Erzen verballert Ähm Ich hatte ein Lebenspunkte Level Weil ich mich da drüben einfach angestellt habe Wie Der erste Mensch Und das was ich hier rund um den Spawner rum aufgebaut habe War eher auch Für den Papa Gut So Ich habe hier den Rucksack wieder anlegt Jetzt müssen wir hier Ordnung reinbringen in den ganzen Sopfer auch Ähm Die Asche kann man in Kohle wandeln So Das Und die Pfeile brauche ich definitiv nicht alle So Das können wir reinpacken Das schmeißen wir rein Das schmeißen wir rein Das schmeißen wir rein Ähm Goldschwert Bogen So Goldnugget Goldnugget Die ganzen Eisenschwerter Die Steinpickel Ähm Bogen So 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 Untertitelung des ZDF, 2020